Herzlich Willkommen und guten Abend. Schön habt ihr euch zugeschaltet zu unserem Adventskonzert hier aus der Kirchens Obdiusbach. Das, was ihr heute jetzt seht, ist leider nicht live. Das haben wir alles gestern für euch eingespielt und geschnitten und bereit gemacht. Und alle freuen sich, wie fragt, können sie auftreten. Als erstes hören wir Sophia Fragold und Lea Rudner und sie spielen uns Gloria in excelsis Deo. Viel Vergnügen! Musik 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 Applaus Lucia Fleury singt uns jetzt der Song «Rainbow», begleitet und klavier wieder von der Stefanie Resch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das vorherige Stück, das ihr gehört habt, war eine Improvisation von Lea Hundner zusammen mit der Dorothee Alderheg. Und jetzt, sie sind schon bereit, spielen die Villaine Fleury am Cello und Lucia Fleury an der Giga für euch Wild Horses. Die Villaine Fleury 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 Als nächstes gehören wir Sophia und Maria Fragmo. Sie spielen aus Greensleeves. Die Villaine Fleury 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 Die Villaine Fleury